Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat Luftverschmutzung als krebserregend angestuft. Nach der Ankündigung vor einer Woche wurde der offizielle Bericht dazu heute vorgestellt. Allein im Jahr 2010 starben demnach mehr als 220.000 Menschen an Lungenkrebs aufgrund von Luftverschmutzung. Das 80% der Menschen, die behaupten, dass es Chemtrails gäbe, sind Nazis. Ich wehre den Anfängen, dass kleine durchgeknallte Gruppen von Nazis, andere Leute von so einem Schwachsinn überzeugen und damit eben an unserer Demokratie und an unserem Rechtsstaat anfangen rumzusägen. Es ist eben nicht weniger als das, auch wenn sich das ein bisschen groß anhört. Niemand sprüht irgendwas aus irgendwelchem Grund und auch kein Gift. Niemand sprüht irgendwas aus irgendwelchem Grund und auch kein Gift. Mit deinem armen Seelenkönnen bist du weder mir noch der dunklen Leiter der Macht gewachsen. Und deswegen ist es wichtig, dass man sagt, dass es A keine Chemtrails gibt, dass B etwa 80% der Leute, die daran glauben, Nazis sind und dass es C eben wichtig ist, an diesen Schwachsinn nicht zu glauben.